Jetzt auf der Bühne, Karl-Heinz Flescher. Herr Flescher, und nun zeigen Sie uns mal, was Sie drauf haben, denn der Titel, der außergewöhnliche Titel, Gießen, du wusst, der ist hier längst durch alle Medien gegangen. Herzlich willkommen! Aber Leute, meine Freunde, da drüben am Bierstand, ihr habt's gut, vielleicht sind die sehr schöne Leute, wir spielen euch einen Hit, Volker, wir sehen uns gerade an, keine Aufgehen, also, die haben mich gefragt, ob ich das hier öffnen will und ob ich mit der Einfolge der Redner einverstanden bin, ich hab gesagt, okay, ich mach die Mitte. Auf, los Leute! Hier ist sie gleich, so wollen Sie auch die, euer Karl-Heinz Flescher. Mit süßen Stadt, manchmal stört, sieht aus, wie sich Matthias Ralf scheuern, hört die Straße grauen, zähl um ein Grad breit, jetzt mal ehrlich, wir haben so einen Scheiß in der Zeit, nein, da gibt's nur ein Lücher, und eines, das ist sie schon, davon fliehst du so ein Mockermann, der Volk ist dann, die Muttermann, die Innenstadt ist der Mann, von weder Mann, der Blut, bis zur Lahn, ganz egal, die Kacke, Kasse, noch schau, Haus, wir, da ? grizeniast du dich keiner, an? Musik Du bist keine Kerle, du bist die Erlebnisse. Ich bin ein Schwer, ich bin ein Tor. Hier kommt man schwer wieder los. Du bist keine Kerle, du bist die Erlebnisse. Die Dichter für alle! Die Dichter für alle!